Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Spiel mit mir, Epson Games und heute wieder Lego DC Super Heroes Team Up, echt ein langer Name und das ist ein Beat'em Up Game mit unseren DC Helden wie zum Beispiel Aquaman oder Batman, Beast Boy, Cyborg, The Flash, Green Lantern, Superman oder auch Wonder Woman, die ihre Spezialattacken haben. Hitzeblick, telekinetischer Schuss, Sprintangriff, Fingerlaser, Gepardensturm, Schattenschlag und auch der Hydro-Sturm. Wir klicken mal oben auf die Würfel, denn das ist dann zufällig. Dann geht's weiter und dann kämpfen wir, ja wir kämpfen hier. Oh, The Joker ist auch dabei. Sehr, sehr gut. Dann geht's jetzt weiter. So und wir fangen an mit Wonder Woman. Diese, glaube ich, in Metropolis in der Stadt von Batman. Wonder Woman ist echt stark, muss ich sagen. Wir können hier diese Bolzen einsammeln. Das ist gleich K.O., mein Freund. Der wird natürlich gewechselt, dann wechsle ich auf. Dann wird auch gewechselt. Superman kommt. Ich nehme jetzt mal hier diese Waffe. Ah! Bane? So, dich mach ich platt. Da ist jemand K.O. Der Joker. Wir sammeln hier mal die Bolzen ein für unsere Spezial-Attacke. Yes! Die Spezial-Attacke kommt. Der kann nichts machen. K.O. Nur noch der Joker da. Ich will jetzt auch mal den... Ja, relativ ähnlich. Haben beide was anderes an. Boah, der ist echt stark. Joker, du bist gleich Platz. Das ist ein Spezial-Attacke. Auf keinen Fall. Geht gleich K.O. Yes! Wir gewinnen. So, wir haben bald 2000 Bolzen. Yes! Neuer Gegenstand freigeschaltet. Sehr gut. Dann geht's ab zum nächsten Kampf. Diesmal mit Wonder Woman, Cyborg und The Flash. Oh. Joker ist auch wieder dabei. Wer das ist, keine Ahnung, Leute. Vielleicht wisst ihr es. Wonder Woman als erstes. Bamm, 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 bamm. Wechseln auch mal Cyborg rein. Nein. Pon side here. Will ich haben. Das war ein Schwungerloker. ulus. Man. Oh. 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 es der Tisch die hier und den Reihen alle drei leute die dieses Superheroes tolles Spiel finde ich macht echt viel Spaß was macht ihr dazu? Schreibt doch in die Kommentare, dessen beende ich hier mal die Kamera. Wo ist nur noch der über? Ich glaube ja. Und dafür holen wir jetzt nochmal The Flash bitte. Ist ja eigentlich superschnell, aber... Ohne Chance, ich hab das Gefühl. Nein. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Yes! Leute, Lego DC Super Heroes Team Up. Macht wirklich sehr viel Spaß. Was sagt ihr zu dieser App, zu diesem Spiel hier? Macht wirklich sehr viel Spaß, Leute. Wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen hoch. Leute, aber trotzdem ein Abo da lassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Nein, beim nächsten Mal, Leute. Tschaui!